Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen bei meiner Reise hier auf der Insel der Hoffnung in Survival. Fountain of Youth, auf der Suche nach der Quelle der Jugend. Jawohl ja. Und heute habe ich mir mal vorgenommen, wir müssen ja noch ein bisschen was aufbauen. Unsere Aufgabe ist ja hier im Journal, wir sollen ein Boot bauen. Und für ein Boot brauchen wir noch einige Dinge, unter anderem Leder. Ja, also entweder ein Floß, da brauchen wir noch das hier, verarbeitete Haut. Oder halt ein Kanu und auch da brauchen wir geteilter Baumstamm, kein Problem, aber getrocknete Haut. Das heißt, wir müssen heute zusehen, dass wir diesen heute trockner herstellen. Und dieses Teil hier, diese Schreinerbank. Genau, das sind heute die Ziele, das heißt wir brauchen Holzstämme und wir brauchen tatsächlich nochmal Lianen. Aber zuallererst würde ich mal sagen, wir werden hier nämlich auch schon die ganze Zeit von so einer Hydra da genervt. Und zwar würde ich gerne einmal herstellen, wo ist es denn, wo ist es denn, würde ich gerne einmal herstellen, dieses Dach hier. Genau, jetzt muss ich nur gucken, wo ich das hier bauen darf. Hier scheine ich nichts bauen zu dürfen, was ziemlich doof ist. Darf ich es denn hier irgendwie? Wir können es ja auch drehen. So, du blödes, dämliches Viech ey. So, das haben wir schon mal. Jetzt muss ich mal eben gucken. Äh, was? Nein. E. Alles. Und ernten. Dankeschön. So, hier wollten wir Sachen platzieren. Jetzt fehlt mir noch ein so ein Blatt. Okay. Kein Thema. Hoffe ich. Noch ein Thema. Hier ist schon mal keins. Und hier? Hier ist genau ein Blatt. Na, Glück gehabt. Weil, dann haben wir hier einen Platz, wo wir was platzieren können. So, Axt auswählen. Ja. Bauen. Yay. Hä? Äh. Keine geeignete Axt. Ach, du ahnst das nicht. Und kein Stein. Ach, Mann. Ja, wir müssen uns sowieso mal eine richtige Base bauen hier. Das hier ist ja noch nicht sinnvoll. Aber wir bauen uns jetzt erstmal auf und dafür reicht es hier, ne? Ähm. Was habe ich gesagt? Was wollte ich jetzt? Einen Stein. Mit dem Stein wollte ich die Axt reparieren. Ich hoffe, das reicht jetzt. So, wunderbar. Hier drunter können wir jetzt hoffentlich so eine Werkbank platzieren. So, fangen wir mit der Schreiner-Werkbank an. Ja, wunderbar. So, das. Und dann fangen wir als nächstes diesen Hauttrockner aufgestellt. Oh, der ist aber riesig, ey. Der ist größer, als ich gedacht habe, du. So, jetzt brauche ich Stöcke. Hm, dann müssen wir nochmal auf Stöckejagd gehen. Weil, soweit ich weiß, habe ich nur noch vier Stück davon. Warte mal hier. Zack, zack, zack. So. Und dafür brauchen wir ja dann noch... Oh, meine Güte. Dieses Werkzeug ist auch immer so scheiße schnell kaputt, ne? Geben wir mal die Obsidianscherbe hier. Ähm. So, was wollte ich das? Wollte ich reparieren. Äh, habe ich die jetzt weggeschmissen? Ja, blöd Mann. Ähm, zack, zack. Achso. Er ist reparieren. Und wieder in die zwei legen, ne? Ja, das alles brauchen wir, vor allem, um das Boot zu bauen, aber auch, um uns bessere Waffen zu bauen, ne? So, jetzt wird's aber hoffentlich immer noch nicht fertig. Ja, sag mal, leck mich doch am Arsch. Gibt's doch nicht. Wie schnell die durch ist. Nicht wegschmeißen. Oh. Jetzt habe ich mich verletzt. Na toll. Ja, muss ich mir gleich mal eben so ein Verband basteln. Ach Gott, beim Reparieren der Axt hat er sich verletzt. Ach du Scheiße. So, kann das Ding jetzt mal fertig. Dankeschön. So, da müssen wir jetzt mal pennen. So, Gesundheit wieder ein bisschen hoch. Ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, ne? Ähm. Nein. So. Alles klar. Wasser. Die kannst du schon wieder reparieren. Dann gibt's doch nicht, ey. Ein so ein Teil gebaut und schon kannst du das fünfmal reparieren, ne? Und da gehen die Steine bei drauf, so. So, ich wollte mir aber hier diese Obsidian-Klinge bauen, ne? Nicht Feuerstein. Ach, ich hab Feuerstein, nicht Obsidian. Wo ist denn mein Obsi? Hier. Das ist doch. Das hat Feuerstein. Ne, das ist doch Obsidian. Hier, Obsidian-Axtklinge. Platzieren. Arbeit. Das kann ich nicht tun, ein Tier jagt mich. Ja, lecks mir noch morsch. Wenn's mit der Gesundheit ganz bergab geht. So, danke. Jetzt habe ich diese Obsidian-Klinge. Achstklinge. Jetzt müsste ich doch eine Obsidian-Axt bauen können, hier. Obsidian-Axt. Was fehlt denn dafür? Langer Griff. Womit baue ich den langen Griff? Säule. Langer Griff, langer Griff, langer Griff, langer Griff. Ähm, hier. Ne. Langer Griff, wo ist denn der lange Griff? Wo brauche ich denn so einen langen Griff hier? Äh? Wo baue ich den langen Griff denn? Kann ich den überhaupt schon bauen? Habe ich überhaupt schon das Rezept dafür? Weil, wenn nicht, ist das schon schlecht, ne? Das sieht echt immer aus wie der lange Griff, ne? So. Ich habe keinen langen Griff hier. Ressource-Verbringer kann aus einem großen Ast hergestellt werden. Das heißt, wir müssen erst mal so einen großen Ast finden. Okay, dann gehen wir jetzt noch ein bisschen on tour. Ne, den brauche ich nicht. Das kann auch hier rüber. Die können wieder rüber. Das kann rüber. Ne, die beiden muss ich ja mitnehmen. Klar. Federn können rüber. Die Axt nochmal reparieren gleich. Das Ei nehme ich mal mit. Das Buch der Jagd müssen wir auch noch lesen. Das machen wir zum Ende der Folge hin. So, ihr Lieben. Dann gehen wir jetzt mal los und gucken mal auf der Insel, wo wir einen großen Ast finden. Äh, und ob wir sowas schon haben, vor allen Dingen. Langer Stock. Hier, großer Ast. Geil wäre, wenn man sich irgendwie hier markieren könnte, ne? So, das heißt, ich muss jetzt, ach, Lex Milo Mosh. Ich muss von hier aus runter, südwestlich. Leider habe ich noch keinen Kompass. Was ist hier? Kleiner Schnitt. Ach ja, ich brauche noch einen Verband, da war ja was. So. Ja, ich habe kein grünes Blatt mehr. Aber dann können wir doch eigentlich die Axt reparieren. Ah, ein Tierjog, nee. Nerven die rum, die Kyrien hier. So, ähm. Kann ich es jetzt machen. Dankeschön. So, jetzt gehen wir eben runter zum Strand. Da holen wir uns Blätter. So, das haben wir. Und die fällen wir, was? Okay. Unzureichende Haltbarkeit des Werkzeugs. Ja, bist du denn bescheuert? Minus 15. Kommt es denn auf die Größe an? Ne. Die Axt ist halt einfach scheiße. Okay, das wird nix so. Dann erst mal wieder hoch. Hier wollte ich noch kurz gucken. Da ist er. Ach, Mist. Da ist mein Speer. Ja, willst du mich denn verarschen? Mit dieser Axt kannst du ja gar nix reißen. Die ist ja richtig kacke. Diese Axt, die ist so kacke, ne? Äh. Äh. Ich kann genau einen Stock da rausschneiden. Nein. Kann ich nicht. Oder will der das da? Die kann man nur fallen lassen. Och Mann. So, bauen wir noch eine zweite davon. Ne. Haltbarkeit dieser Axt ist zu gering. Ich kann hier keine Stöcker mehr. Erkann dich doch vorher. Bist du denn blöd? So, wenn ich jetzt mal gucke. Hier gibt es ja auch noch eine verbesserte Steinaxt. Für die brauche ich nur diese Klinge. Und diese Klinge baue ich an der Werkbank. Da kannst du ja nix mehr mit anfangen, ne? Nö, ich brauche nur das richtige Material. Es ist schon kompliziert hier, ne? Ist nicht mal eben einfach so. So. So, nehmen wir mal die verbesserte Axt. Was fehlt? Ein Lianenseil. Hier. Ja, Liane brauchen wir auch. Ey. On mass, on mass, Leute. So. Anderthalb Stunden für diese blöde, verbesserte Axt, ne? So, wo ist es denn dann hier? Verbesserte Steinaxt 2. So, versuchen wir doch nochmal unser Glück da. Was? Ach so. Danke. Jetzt mal gucken. Ach, guck mal, die ist doch genital. Guck mal, kaum abgenutzt hier. Dann holen wir uns noch so einen Stamm. So, bin ich mal gespannt. Ein kleiner Schnitt hat sich verschlimmert. Ah ja. Ja, guck mal, wie viel hat es die gekostet? Nix. Oh, das hätte ich schon viel eher machen sollen, ey. Ehrlich. Und dann haben wir den Baumstamm jetzt hier. Oh, ein bisschen zuckelig, wenn es bergauf geht, ne? Bisschen zuckelig und ruckelig. Also rennen kann er eh nicht. Und jetzt brauche ich unbedingt einen Verband. Oh, mit Baumstamm laufen kostet so schon, äh, Ausdauer. Oh, ah, das ist nicht mal eben hier, ne, Baumstamm auf die Schulter und rennen los, sondern das kostet Ausdauer. Das, das ist gut gemacht, das hast du selten. Normalerweise kann es sich ja vollpacken und dann, so. Dann haben wir da mal. Ach so, dann kann ich den noch schon mal. Ähm, den muss ich irgendwie teilen, ne? Hat er das jetzt da reingemacht? Jawoll. So, dann haben wir die Stöcker, fehlen uns noch zwei Lianen. Muss ich mal gucken, ob ich die noch zusammenkriege. Also zwei Lianen Seile. So, ja, was essen könntest du mal? Trinken geht auch hoch oder eher runter? Eher runter, ne? Ah, ein Tier jagt mich. Was brauche ich denn für diesen Steinsperr? Ein Lianen Seil, natürlich. Ich weiß, dass ich hier noch eine Liane habe. So, ich brauche zwei davon. Ich brauche Zunder. Ich muss mal Feuer machen, ne? Oh, habe ich noch billige Stöcker? Zieht schlecht aus. Oh, die guten. Da, da waren welche, da waren welche, da waren welche. Ich habe doch welche gesehen, da. Danke. Na, danke. Äh, Verband herstellen. Wo ist er denn? Da benutzen. News. Wunderbar. Charakter. Hier können wir auch was aktualisieren. Ach so, ne, hier haben wir nochmal Stärke, Athletik. Reparieren. So, die Jacke kann erstmal da mit rein. Und jetzt muss ich mal gucken. Herstellung. Ich brauche irgendwas gegen die Wette. Hier, Blattumhang. Ich habe nur vier. Egal jetzt. So. Das muss ein Lianenseil werden. So, das brauchte ich jetzt. Wofür? Für den Speer, den steinigen, ne? Wir ein bisschen besser bewaffnet sind hier. Ah, normale Werkbank. Okay. Steinsperr. Super. Dann pennen. Sehr schön. Und dann brauchen wir jetzt was zu saufen. Also essen auch, ja. Aber vor allen Dingen. Ah, hier habe ich noch eine. Habe ich die vorhin nicht gemacht. So. Dann geht es uns erstmal gut. Das ist die billige Steinachs. Die lassen wir erstmal hier. Das Ei auch. Die Datteln nehme ich mal mit. Die geben mir auch ein bisschen Nahrung. Das Bett habe ich dabei. Dann kann es losgehen. So. Südwest. Diese Richtung. Yo. Diese Richtung. Straight ahead. So. Den Steinsperr hatte ich, ne? Den pack mal auf die 1. Danke. Südwestlich. Wir müssen noch weiter hier rüber. Guck mal hier. Und da sind die Dings. Da ist aber auch Pekari. Aber Pekari macht nicht. Was ist da denn? Ach so, da ist ein Vogelnest. Oh, hier sind Wildschweine. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, wir sind schon recht richtig. Großer Ast. Mega gut. Mega gut. Den haben wir. Echt? Wo? Hm. So, die Liane. Ist noch weiter da rein. Ich will immer die rechte Maustaste drücken. Dann klickt der ja so weg, ne? Hier gibt es Bananenpalme. So, dann lass uns doch trotzdem mal in die Richtung gehen. Ein bisschen aufpassen. Ich muss ja aufpassen. Tabak. Ernten? Kein Werkzeug erforderlich, was? Ressource zum Sammeln auswählen. Ja, gut. Hast du recht. Neuer Bauplan. Schön. Tabako. Hier vorne sind die Pekaris. Greifen die eigentlich an? Nein, die hauen ab. Hier ist aber noch irgendwo eine. Ich muss aufpassen. Da ist er. Da ist er. So, den Steinsperr wieder. So, jetzt muss ich hier doch irgendwo auch achten. Arzt nicht, wo bin ich denn? Ich muss da noch ein Stück hoch. Hier gibt es zumindest mal Banane. Reife Banane? Nein. Ich will erst mal nur die Reife. Eine hiervon. Ja, eine davon noch. Fertig. Geil. Ah, Skorpion. Nein. Diese Drecksbiester, ne? Ein Pilz. Ein Giftpilz. Nicht essen. Nicht essen. So, wo ist denn hier jetzt der Lianenbaum? Noch mehr darum. Hä? Sicher? Bin dran vorbeigelatscht. Da ist er doch. So, alles mitnehmen hier. Alles, alles. Boah, die Axt hat zwar schon gut gelitten, aber wie kann ich die jetzt reparieren? Mit einem Stein. Okay. Steine müssen wir sowieso noch mitnehmen. Aber ja, gut. Dann haben wir den großen Ast. Oh, oh. Oh, oh. Nein. Schmeiß den scheiß Stein raus. Ah. Erst mal weg jetzt hier. Naja. Keine Zeit jetzt hier. Ach, diese Viecher, ne? Oh, Mann. Ja, aber wir haben den großen Ast. Das ist gut. Jetzt können wir diese blöde Dings machen, ne? Jetzt können wir uns eine gute Obsidian-Axt machen. Und ein Obsidian-Sperr. Und wir können, glaube ich, endlich den Bogen bauen. Da muss ich nochmal gucken. Pfeile, Bogen. Ja. Nice. Dann haben wir die Lianenseile. Sehr geil. Dann können wir endlich, äh, dann können wir den Schreinerbank aufbauen. Sehr geil. Dann können wir wahrscheinlich auch weitere Sachen bauen. Und das ist doch geil. Das ist doch richtig nice. Da haben wir doch ordentlich was geschafft hier. Heute. Ja. So, was habe ich vor? So, jetzt wollte ich mal gucken hier. Ein Bogen kann ich bauen. Brauche ich ein Lianenseil. Obsidian-Axt, der lange Griff zum Gegenstand, langer Griff, Voraussetzung 1, kann man so bauen. Geil. So, jetzt kannst du mal gucken, Obsidian-Klinge. Da. Andere Gegenstände. Zap, 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 zap. Da. Mir fehlt noch ein Lianenseil. Ja, kein Thema, du. So, baue mal nix. Habe ich noch solche normalen Blätter? Natürlich nicht. Was habe ich denn da? Tabakblätter? Doch, hier. So, Lianenseil. Wo ist es? Da. Zwei Stück erst mal. So. 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 Und dran arbeiten. Kein Werkzeug ausgewählt. Ach, dafür brauche ich jetzt einen scheiß Hammer. Kann ich da jetzt einen Hammer bauen? Ah ja, hier ist so ein Holzhammer erst mal herstellen. Meine Güte. Hat du alle brauchst hier, um so ein Ding zu bauen. Aktuelles Projekt. Perfekt. So. Jetzt haben wir eine Obsidian-Axt. Sehr nice. Sehr nice. Die hat nochmal eine wesentlich bessere Haltbarkeit, hoffe ich. So, dass ich die Axt hier auch nochmal wegpacken kann. So, jetzt brauche ich noch ein Seil. Hä? Hä? Dann kann ich draußen die Schreinerbank aufbauen. mega gut, ey. Nein! Das haben wir schon platziert. Das haben wir platziert. Jetzt fehlen mir noch zwei von diesen Dingern. Okay. Da hinten sind ja passende Bäume. Hier. Danke sehr. Sehr schön. Dann kriegen wir sie jetzt doch noch fertig. Ich dachte gerade schon wieder, ey, klappt nicht. So. Und jetzt bauen. Und tipptimm. Das können wir hier jetzt bauen. Hohler Baumstamm, geteilter Baumstamm, Baumeister, Werkzeugkasten. Ressource zum Bauen von Häusern. Kann auf der Schreinerei. Jetzt bräuchte ich eine Säge. Okay, ich kann doch jetzt hier Herstellung. Obsidian-Säge, Steinsäge, Obsidian-Säge. Brauche ich eine Obsidian-Scherbe. Ob Sie die an Scherbe, die müsste ich noch haben. Kann ich mir schon mal eine Säge bauen. Da habe ich sogar zwei. Obsidian-Säge. Da. Und bauen. Und arbeiten. Und jawohl, ja. Perfekt. Sehr geil. Na doch, hier, pack mal raus. So, Banane. Eine nur noch. Oh, von den vier habe ich nur noch eine. Die andere ist auch schon vergammelt. Dann es die mal. Ich muss mich um Trinken kümmern. Hier ist nochmal Jakoberrinde. Jakoberrinde. Federn. Den Bogen wollte ich bauen. Genau. Was brauchte ich denn für den Bogen jetzt hier? Zack. Ein Seil. Vier von den langen Stöckern. Na toll. Ein Seil. Gerade weggepackt. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir die auch. Schauen wir dann neu. So. Bogen. Ein Seil. Ach, das kann er bauen. Kann er nicht, weil er hat keine Blätters mehr. Richtig, richtig. Scheiße, Scheiße. Muss ich mir noch so ein bisschen Strandblut da vorne holen. Mal Gesundheit muss ich auch mal wieder gucken. Nimm ein paar mit. Nicht nur die zwei. So. Ja, die brauchst du ja doch ständig. Sehr schön. Hervorragend. So, ja. Den Hammer hätte man auch gleich das bessere Werkzeug wahrscheinlich bauen können. Aus Stein oder so. Aber erstmal egal. Jetzt haben wir ob sie die Hand säge, ob sie die Hand axt. Guck mal, wie sieht die jetzt noch aus. Als wäre nichts passiert. Dafür wollte ich jetzt was. Den Bogen. Und dann einen Bogen. Und dann einen Bogen. Und jetzt haben wir einen Bogen. Leichte Verdauungsstörungen. Leichte Verdauungsstörungen. Oh. Schau mal, was half denn dagegen? Kamille. Lebensmittelverdauungsstörungen. Kamille habe ich hier. So, wann brauche ich? Wahrscheinlich am Lagerfeuer. Feuerstein. Zwei Stück. Was brauche ich hier. Ähm. Ähm. Was brauche ich jetzt? Ich brauche jetzt was? Kamille. Kamillensaft. Ach hier Sonnenblatt. Ja. So. E. Quatsch. Quatsch. Kamillensaft. Am Lagerfeuer. Natürlich am Lagerfeuer. Ja. Natürlich geht das nicht an. Naja. Wenigstens jetzt. So. Äh. Warum kann ich sie nicht herstellen? Weil ich hier mit dem Lagerfeuer interagieren muss. Genau. So. Ah. Sehr schön. Gibt auch fünf Leben wieder. So. Und dann habe ich gesagt, zum Ende dieser Sendung gucken wir uns das Buch an. So. Dann lesen wir mal. Okay. Jetzt haben wir das auch gelernt. Ah ja. Haben wir noch irgendwas neues? Hier haben wir eine Hütte ausblättern. Hier haben wir die Werkzeuge neu. Hier haben wir Tabakkompresse bei schwerer Verbrennung. Ah. Okay. Und wir haben den langen Stock dazu gekriegt. Quatsch. Hier. Kurzer Griff. Cool. Das kann man denn mit dem kurzen Griff bauen? Keine Ahnung. Geteilter Baumstamm und so. Was haben wir hier? Meersalz. Und was macht das? Ressource von Komplex herstellen kann mit Hilfe von Herd mit Topf oder Brennern aus dem Meerwasser gewonnen werden. Okay. Okay. So. Das heißt in der nächsten Folge müssen wir jagen gehen. eine Herstellung Pfeile. Und zwar am liebsten gleich aus Stein. So. Dafür brauchen wir den, eine Feder und einen Stein. eine Feder. Dann gibt es drei Pfeile. Stein Pfeile mal drei. Gut. Dann kann der erst mal raus und der Bogen auf die zwei und die Axt auf die drei. Und jetzt. Ja. Nee. Geil. Oder? Gut. Dann machen wir hier Schluss. Ich organisiere uns zur nächsten Folge was zu saufen. Den pennen danach. Und dann kommen wir hier frisch erholt wieder rein. Also. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Und wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert wie die Reise auf meinem Kanal so weiter geht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.